Liebe Mitglieder des Gewerbevereins Raunheims, mit großem Interesse habe ich gesehen, es gibt einen neuen Internetauftritt des Gewerbevereins. Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee. So wie die Stadt sich weiterentwickelt, so entwickelt auch ihr euch weiter und ihr seid auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner für diejenigen, die Fragen rund um Wirtschaft, rund um Dienstleistungen, sonstige Leistungen gewerblicher Art in der Stadt haben und deswegen ist es wichtig, dass ihr gut erreichbar seid, dass man sehen kann, was ihr tut und da passt ihr einfach hervorragend in das Gefüge, dass wir ja seit vielen Jahren sehr, sehr gut pflegen zwischen Stadt, den Unternehmen hier vor Ort und dem, was ihr tut und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Einheitlichkeit haben in dem, wie wir unsere Stadt repräsentieren und da kommen wir mit eurem Auftritt auch der Sache sehr nah. Das passt und ich danke euch, das will ich an dieser Stelle auch mal tun, für jahrelange sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich denke, wir haben beide viel dafür getan, dass die Stadt diese Stellung hat in der Region, dass sie so hoch anerkannt ist als Stadt, die für Gewerbe sehr, sehr gute Rahmenbedingungen bietet. Ohne euch würde ein wesentliches Stück fehlen und die Stadt tut auch ihr Wesentliches, damit wir da gut vorankommen und für diese Leistung ein ganz, ganz großes Dankeschön und weiterhin viel Erfolg und natürlich auch mit diesem Internetauftritt möglichst positive Rückmeldungen auf das, was ihr tut. Also weiter für die Arbeit, alles Gute!